so die letzte folge dieser kleinen aufnahmesession du wirst du wieder mal eine ausgeglichene bilanz bisher vier matches zwei siege zwei niederlanden und theoretisch wenn sie wieder so weitergeht müssen wir jetzt wieder gewinnen und die nächste wieder verlieren ich weiß nicht warum ich das jetzt immer so verkacke und entweder mit rückwärts spielen oder versuche eigentlich den fall anzustellen und das nicht mehr so funktioniert wie früher ich meine da ist ja auch manchmal schief aber jetzt ist es eher die regel na so 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 Ah, schade. Und jetzt... ...kriegen wir da. Leck mich doch im Arsch. Schade. Wäre mal ein Rand gefahren, wäre man wahrscheinlich gut beraten gewesen, aber ich hatte wieder Angst, dass wir dann alle wieder vorne sind. Und dann machen die aus Distanz einfach mal den Ausgleich. Ah. 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 Schade. Oh, leck mich doch. Ah. 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 Misty. Ah, ich hab jetzt irgendwie so einen richtigen Rechtsdrei momentan. Ah, schade. Mist. Was hab ich mir dabei eben gedacht? Ich weiß es nicht. Oh, okay. Ah. Ah. Schade. 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 Schade, dass er angekommen ist. Ach, scheiße, Mann. Schade. Schade. Schade, 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 schade. Oh. Und ich dachte, er ballert noch. Oh, scheiße. Scheiße. Und gleich runter. Scheiße. Ach, das hätte auch ein Sieg sein können. Aber, gut, war außerglichen fand ich. So, das letzte Match für mich zumindest. Auch wenn wir jetzt schon eigentlich von der Zeit her voll in Staffel 5 sein werden, wenn die Folge ja veröffentlicht ist. Oh. Oh, shit. Oh. Scheiße, Mann. Ich glaube, das wird für den Niederlager. Irgendwie ist er da dumm wie viel. Den hat er gut abgelehnt, ey. Den hat er gut abgelehnt, ey. Kein so schlechter Schuss, muss ich mal sagen. Ach, leck mich doch. Aber zumindest haben wir gut die Ecke zugemacht, sodass er es dadurch verkackt haben muss. Ich freue mich. Oh, ich disturb dich. Oh, danke. Nein, nicht wieder alleine. Alter. Jupp, ich glaube... Das wird nicht schnell. Vielleicht sollte ich auch meine Schüsse aufs Tor lassen. Beim Anstoß. Irgendwie bringt das nicht wirklich was bei den beiden. Ich meine, man kann zwar mal Glück haben. Ah. 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 Wieso soll ich schießen? Der hat schon enorm zack. Frag mich auch, warum der Torwart nicht ausgekommen ist. Okay, wir sind noch im Spiel. Schön gemacht, schön gemacht. Alter! Bam! Und bam! Da hätte ich hochspringen müssen. Wir fliegen irgendwie, gegenfliegen. Aber hinterher ist mit, mal schauen. Scheiße. Nein! Alter! Ja! Jo! Ich dachte, ja, deswegen bin ich hier gar nicht mehr hochgegangen. Dreck! Na gut! Dann wär's jetzt für diese Sessione. Und ja, gucken, vielleicht ist das nächste Mal da mit Fuba. Ich weiß es noch nicht. Weil mein Diamantan würde ich jetzt eigentlich ungern verlieren. Und da setzen wir noch auf Liga 3. Mal gucken. Spitze bedanke mich. Bis denn. Ich kann mich. Ja! Ich mache dich. Ich mache dich. Auch. Ich mache dich.